Die Top 3 der Sofa-Trends aus meiner subjektiven Sicht präsentiere ich Ihnen gleich. Ich habe mich gefragt, was bringt Ihnen wirklich was? Wo liegt der Kundennutzen und was ist nachhaltig? Und das habe ich dann verdichtet auf die drei Top-Trends, die ich Ihnen gleich präsentieren werde. Mein Name ist Lutz Reinhard von profischnapp.de, Ihrem Online-Outline für Markensofas. Seien Sie gespannt! Mein Top-Trend Nummer 1, weniger ist mehr. Ja, weniger Sofa mit mehr Platz. Warum das? Wer sitzt denn den ganzen Abend so steif da auf dem Sofa? Wenige Menschen. Wenn Sie dazugehören, okay, dann brauchen Sie einen guten Sitzkomfort. Wenn Sie eher der Lümmler sind, brauchen Sie eher den Lümmelkomfort hier, hier mit dieser Sitztiefenverstellung. Und wenn Sie der Lieger sind, so wie ich, dann brauchen Sie einen Top-Liegekomfort. Werden Sie sich klar, wie Sie sitzen, Lümmel liegen wollen und schon sind Sie einen Schritt weiter. Und gerechnet wird nur die Kernfamilie. 18-, 19-, 20-jährige Jugendliche zählen nicht mehr, weil die halten sich eh nicht im Wohnzimmer auf. Zählen Sie sich und Ihren Partner plus Kinder und dann wissen Sie, wie viele Sitzplätze Sie brauchen. Begrenzen Sie sich auf das Nötigste, dann haben Sie mehr Platz für sich und Ihre Liebsten. Top 2, Bequemlichkeit, Launching ist angesagt. Wer sitzt denn den ganzen Abend so auf dem Sofa? Niemand, behaupte ich mal. Sie brauchen Komfortfunktionen. Hier, diesen einfachen Hebebeschlag, damit Sie mehr Sitztiefe bekommen. Jetzt kann ich es mir bequem machen. Und mit schönen Kissen und Accessoires noch bequemer, gerade dann, wenn ich gerne auch mal liege. Bequemlichkeit ist Trumpf, Launching ist angesagt. Werden Sie sich klar, wie Sie am liebsten sitzen, liegen, lümmeln und schon sind Sie wieder einen Schritt weiter. Und der Rest kommt dann sowieso. Und meine Top 3, kombinieren Sie Einzelstücke. Denn Sie wissen ja, zwei Personen, drei Meinungen. Schwer unter einen Hut zu bekommen. Deshalb, warum kriegt nicht jeder sein Traummöbel? Der eine will lieber ein Sofa, wo man die Füße hochlegen kann, dann bekommt er das Sofa. Und der andere will lieber einen Relax-Sessel, wo man die Füße hochlegen kann, dann bekommt er den Relax-Sessel. Verbindungen können wir schaffen über Farbe, hier Andrazit und Grau und über Kissen. Und schon hat man ein stimmiges, interessantes, kreatives Wohnbild. Kombinieren Sie Einzelstücke. Und jetzt meine Summary für Sie. Create your own style. Kreieren Sie Ihren eigenen Stil. Denn es geht nur um Ihr Wohlbefinden. Sie und Ihr Partner oder Ihre Partnerin müssen sich wohlfühlen. Und deshalb, jeder sein Lieblingsmöbel, schon gute Startvoraussetzungen. Und ein Tipp zum Schluss, nehmen Sie Ihre Lieblingsfarben. Und das schafft das richtige Wohlfühlgefühl. Und wenn Sie Ihren eigenen Stil finden, dann fühlen Sie sich wohl. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie uns ein Like. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Und wann besuchen Sie uns hier in Empfingen? 30 Minuten vom Autobahnkreuz Stuttgart, direkt an der Bodensee-Autobahn. Kommen Sie zu uns. Danke und Tschüss. Ihr Lutz Reinhardt von Profischnab.de confirme sample. Wofürf виде shoppen ! Hmm! browser.